Und da müssen wir gleich wieder die Rüstung wechseln, nicht vergessen, ne? Ja. Wobei ich glaube, meine ist gar nicht so... Ja, merke ich auch. Bei mir ist das halt hart. Ich bekomme super viel Schaden plötzlich. Mir ist jetzt schon zu heiß. Ich muss die gerade umziehen. So, jetzt ist es besser. Oh, Temperatur... Nein, meinem ist jetzt genau in der Mitte. Genau richtig gerade. Okay, krass, dann gibt es nur ein... Oh, ja. Ah, okay, jetzt wird ihm wärmer. Hören wir mal. Ja, bei mir ist jetzt gerade wieder kalt. So wie es oben im Norden war. Na, guck mal, jetzt sind wir schon hier. Habe ich das Schwarz-Eis mitgenommen? Nicht, dass ich dann kein Schwarz-Eis habe. Ja, ich habe das Schwarz-Eis. Ich meine, wenn dann... Okay, warte. Mir wird, mir wird heiß. Alles klar. Ich bin eh hardcore überlastet gerade. Deswegen kann ich auch alles andere jetzt mitnehmen. Okay, jetzt ist wieder weg. Sehr gut. Wel, was bist du für ein Viech? Ach, das sind so eklige... Renn einfach dran vorbei. Insekten. Ich hasse Insekten. Äh. Okay. Zieh deine Maske auf übrigens. Bevor ich das vergesse. Okay. Gehen wir hier runter und holen uns den Schwefel. Diese Stehlen da... Da müssen wir aber draufknüppeln. Und hier gibt es auch mal Gegner. Die sind aber nicht wirklich stark. Die hauen dich halt immer nur um. Na? Danke. So. Und dann hier. Bam. Du kannst gerne überall mitsammeln, ne? Ja, ich lasse dich mal abbauen, falls was angreift. Okay. Dann kümmerst du dich an. Ich bin eh schon. Ich bin eh schon bei 85 Prozent. Achso, okay. Stimmt. Ich kann nicht so viel tragen wie du. Aber das skill ich dann auch mal gescheit hoch. Ja. Oh, hier sind die. Hey, Dudes. Hier bin ich. Hey, wieso? Ich bin eh nur mit dich. Ja, die haben mich als erstes gesehen wahrscheinlich. Ah, ich hab nochmal vier. Alter, ich hab fünf Dudes hier. Ja, ich komme. Alles klar. Ich meine, mit ein, zwei komme ich ja noch klar irgendwie. Oder drei. Sehr gut. Danke. Bitte. Hm. Sehr gut. Okay. So, meine Stufe aufgestiegen. Schön. Ja. Oh, hier sind noch zwei. Hey, Dudes. Danke. Danke. Oh, ich auch gerade. Hey, Dudes. Einmal draufknüppeln. Danke. 1007. Wenn ich ihm voll auf die Gorsch hau, rennt er einfach die Hände her. Ich hab den Liebessen. Ich bin ein Fan von ihm. Okay. Die Maske sieht irgendwie cool aus. Ja, ne? Die hilft übrigens auch. Ah, hier sind wieder zwei. Die hilft übrigens auch, wenn ein Sandsturm halt dann auch kommt. Logisch. Und noch den da. Und dann gehen wir einfach weiter. Oder wobei, wir können, wir können uns vielleicht bis dahinten durchkämpfen. Danke. Der ist weg. Ciao. Aua. Der ist weg. Gehen wir nochmal hier die Ab, weil wir kommen nicht so schnell wieder vielleicht. Oder vielleicht schneller als wir glauben, aber ich hab dann auch das ganze Zeug schon mal parat. Am Apparat, ne? Apparat. Apparat. Hier sind gleich wieder zwei von mir. Oh! Was denn? Ja, ja, da ist gerade einer. Oh, da hat drei. Ein Feind verkrüppeln. Ja. Anscheinend hab ich... Genau, das kannst du mit der Axt, glaub... Kannst du das mit der Axt? Das weiß ich gar nicht. Abboot? Ich bin, ähm, jetzt am Ende von dem Teil hier. Also am Ende... Ja, ja, ich bin hinter dir. Okay. So. Dann nehm ich noch das mit und den anderen und dann ist gut dann. Amon. Perfekt. Auf geht's. Dann los geht's. Boah, ich fäll hier super viel Leven. Äh, Leven, sag ich schon. Ausdauer. Weil ich ja überlastet bin. Ist aber kein Problem. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Oh, wir sind gleich da. Oh, Ruckler. Geil. Du auch gerade? Nö. Okay. Bei mir hat sich jetzt gerade komplett durchgeruckelt. Ah, hier sind wir zwei Häus in der Wüste. Erstmal im Wald, dann im Eis, dann wieder in der Wüste. Im Dschungel waren wir noch nicht. Ja, Dschungel hat, ist immer durchgelaufen, hat auch cool ausgeschaut. Echt? Hat sie immer durchgelaufen, hä? Ja, das ist immer mal ganz am Anfang durchgelaufen durch den Dschungel. Hat auch extrem cool ausgeschaut. Ja, ist schon nice. Dschungel gibt's noch, dann gibt's noch so dieses Spinnenwald-Ding. Oh, nee, da kann ich leider hingehen. Es sind nur große Spinnen. Ähm, der Skorpion. Der fliegende Skorpion. Das ist ein Babyskorpion da, oder? Kannst du's mitnehmen? Nee, kannst du nicht mitnehmen, kannst du nur töten. Oh, schade. Schade. Wär schon cool gewesen. Ja. Stau, die wich. Das Gute ist, wir haben jetzt Elfenbein, das heißt, wir können überall Teleporter aufstellen. Mhm. Das heißt, wir müssen, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, jetzt hier rumzurennen. Boah, so ganz bescheuerten Gazellen greifen dich an. Ja. Greift alles an. Boah, du der Herr. Meine Axt ist so gut wie kaputt. Deine Axt? Ja. Also mit der du kämpfst. Also meine Kampf, meine, äh, genau. Krass. Ja gut, aber mein Schwert hat auch schon dick gelitten. Aber ganz ehrlich, das, was wir da oben auch abgeschlachtet haben, mich wundert gar nichts mehr. Siehst du das bei mir, dass mein, meine Pike so komisch rausschaut? Ja. Bei mir auch. Warum ist das? Echt, oder? Nashorngrad. Okay. Ja. Also, ignoriere die Dinger. Ich muss gerade ausdauerkregen. Oh, da gibt es sogar Höhlen. Ja. Komm. 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 Ähm, wir können ja irgendwann mal eine Kampfhöhle machen. Äh, eine Kampfhöhle, sag ich, eine Dungeon machen. Einen haben wir ja hier schon mal gemacht. Nein, Nashorn. Free, aus. Böses Nashorn. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hoffe, du bist hinter mir. Genau, hinter dir. Sehr gut. Gehen wir schon da? Nee, wir müssen einmal hier rum und dann gehen wir da durch. Wir sind ja jetzt da, wo wir vorhin schon lang gelaufen sind. Hier hinten. Wir sind schon an der Stadt vorbei. Okay. An dieser großen, wo wir eben waren. Oh, ich freue mich auf die blöden Teleporter. Das ist, das ist gerade ein kleiner Krampf. Ich freue mich auf unsere Liebeshöhle. Nico. Was? Zeitung. Alles gut. Alles gut. Das ist ein Insider. Das ist ja so richtig Wüste da hinten. Ja. Das ist, das ist diese, diese, wir sind ja jetzt so Savanne schon, ne? Und wir gehen ja jetzt wieder Richtung Fluss und Wüste dort. Und ja. Hier ist auch sehr viel Wüste schon. Das ist diese Stadt da, ne? Wo wir die ganze Zeit waren. Uff, ey. Schon ein langer Weg. Ich finde es auch cool, wie sich, weißt du, das Geräusch der Schritte mit verändert so. Ja, ne? Jetzt ist halt mittlerweile Sand, ne? Ja, das muss man schon sagen. Das haben die richtig gut gemacht. Ich finde es halt blöd, dass es so ein bisschen buggy ist. Ja. Aber ansonsten. Das macht es manchmal ein bisschen kaputt. Ja, finde ich auch. Vollkommen. Aber ansonsten ist es eigentlich schon echt gut gelungen. Ja. Das ist echt wahr. Also dieses, also gerade das mit den Viechern, das hat, macht es schon ein bisschen kaputt, ja. Außer wenn du dann auf einmal so 200, 300 Viecher hast, dann macht es echt keinen Bock. Aber vielleicht ist das halt so, ja gut, okay, wir haben diese Doppelspawnrate erstmal überhaupt, ne? Das ist schon mal schlimm. Ja. Keine Ahnung warum, müsste ich mal gucken. Und, ja. Ansonsten sind da generell, glaube ich, viele Gegner. Also, muss ja irgendwie schwerer werden. Nicht nur, dass die Gegner schwerer werden, sondern halt auch von der Masse an Gegner. Ja, jetzt sind wir in dieser Stadt, aber wir rennen da ja durch. Au. Wenn wir einen Ausweg finden. Okay, eh zum Interagieren. Und was denn? Oh, wir sind raus. Ja, hier ist aber auch schon richtig schön Wüste eigentlich. Mhm. Warte mal, ich muss auch mal. Meine Filasche. Warte mal, da. Aua. Ich hab getrunken. Lass mich in Ruhe. Scheiß. Scheiß. Ähm. So, jetzt. Ausdauer. Hier oben, auf dieser Stähle, da können wir ja mal bauen. Dieser ganz hohen. Da. Das wär mal nice. Dann hast du keine Probleme mehr mit irgendwelchen Invasionen oder so. Wobei die ja echt nicht schwer waren. Nee. Hallo, wir sind, oh, wir sind tot. Hallo, wir sind da. Ja. So und nicht anders. Oh ja, hier geht's runter. Vorsicht, ne? Müssen wir da runter? Ja. Wir sind ja schon zu Hause. Ja. In der Anfangsgegend zumindest. Wo unsere Hauptbasis ist. Ah, schon krass, unsere Hauptbasis. Also, die haben wir uns echt zusammen geschlabbert. Ja, vor allem, der fühlt sich jetzt auch schon voll sicher und voll wohl und so. Ja, man hat halt einfach auch alles. Ich will dir nicht wehtun, du dummes Viech. Ich will nur die Wüstenbären haben, damit ich Schnaps machen kann jetzt gleich. Das war so wie bei The Forest. Das Lager, was wir zum Schluss gebaut haben am Strand. Ja. Boah, da war es so, keine Ahnung, so voll zu Hause. Ja, ne? Also, das war schon so. Also, gerade da, wo wir, ähm, da, äh, wo wir dann auch immer die ganzen Eingeborenen dann überfallen haben. Oder die uns. Ja. Oder wir haben die am Ende überfallen. Ja. Ja, doch. Das war so voll der Safe Point, so. Ja. Da hätte uns nichts passieren können. Weißt du, der hätte die, der hätte, der hätte die Butz brennen können. Ist egal. Ja. Echt so. Das wäre uns so egal gewesen. Also, ne, das ist schon ein Riesenunterschied eigentlich gerade zwischen, ähm, dieser Basis hier und der da oben. Wobei, ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, da oben irgendwie groß zu bauen. Ne, ich auch nicht so wirklich. Hier hast du halt Ruhe, ne? Du hast ja auch deine Mates mittlerweile. Oh, ist das schön hier. Schön, wieder daheim zu sein. Ja. Hallo, Dudes. Oh, das ist so wunderschön. Ah. Ich knabber das Fleisch gleich vorne rein. Ist ja nicht so, dass wir kein Fleisch hätten. Ich lass mal alles durchrüsten. Eins, zwei. Oh, ich will Sternmetall haben. Bitte. Was haben wir noch gebraucht? Schwefel, gell? Du, Dudes. Thank you. So. Nice. Kann man schon das erste Kip hier rein? Du hast doch nen Elchkönig, oder? Ja, klar. Ähm. Ich tu dir mal die Köpfe hier rein. Wo du gerade stehst. Oh, stimmt. Oh, wie viele. Ja, viel Spaß. Ich hab' noch ein Tierchen hier. Oh, ja. Spitsch du den? Ah, schade. Alter. Alter, wir haben echt nen Zoo, oder? Na, das steckt mir ein Poppes drin. Ich geh' zu oben aber nicht. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir draußen Nasehorn stehen. Frag mich nicht, warum. Boah, der Elchkönig ist brutal. Ich guck' dir mir gleich an, wenn du. Der, 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 der Katzenfell, Eisenverstärkung. Okay, aber er ist halt der King. Jetzt bin ich gespürt. Das Mammut ist... Baba. Boah. Geh' mit dir und sowas, okay. Und wo hast du's hingehangen? Vor die Tür? Hier, ja. Da, wo's Nasehorn war. Alter! Alter, ist das geil! Okay. Richtig krass. Alter, was ist... Das ist ne riesige Trophäen-Sammelung hier. Können wir echt stolz sein. Ich mein' da vorne so'n Fisch, weißt du, aber hier so... Pfff, Mammut-Nashorn. Pfff, Alter. Das find' ich geil, dass das Spiel dir das halt auch erlaubt, weißt? Das alles zu machen. Der Tiger ist so cool. Der Schöne mit den blauen Augen. Ach, hier hab' ich die Getränke reingeworfen schon. Der Mittel! Oh, ich hab' wir haben... Ich werd' mich jetzt mal ausklinken, okay? Tschüss. Viel Spaß. Beim Schlafen oder so. Ja, danke. Ganz viel Spaß noch. Wir hören uns. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Oh, wir haben hier Wüstenwein. Alles klar. So, wir haben ja jetzt gleich Sternmetall. Wir machen uns gleich mal was richtig Grünes. Ähm. Nein, nicht da. So, wir machen hier nochmal alles... ...bomb... ...orretlisch. Damit's pescht. Ich mach' auch nicht mehr lang, versprochen. Ich mach' noch hier so ein, zwei Sachen und dann verschwinde ich auch. Mh. Ich weiß, was ich machen müsste. Theodoritisch. Ich bräuchte diese Teile hier jetzt. Wo sind sie denn? Buh. Da. Obelisk. Zehnverderb-Dastell. Alter, wie viel der kostet. Measuring-Stick. Stick. Für den Stick brauchen wir das, ne? Und geformtes Holz. Ja, gut. Wie viel Harz hab' ich denn? 200. Perfekt. Mehr brauch' ich nicht. So. Schnäppkis. Jetzt geh' ich rüber damit. Ach ja. Ich brauch' gereinigtes Wasser. Dafür brauch' ich... Oh, gefüllte Glas. Ah, warte mal. Oh. Wird's dunkel oder zieht ein Sturm auf? Gereinigtes Wasser. Wir haben doch irgendwo noch... Was ist das denn? Ah, wir haben das hier. Ich hab' auch Eis. Dann... ...füllen wir die mal auf, wenn's klebt. Hm... Zack, zack. Klappt das so? Ne. Muss ich also vor der Tür machen? Ist ja nicht schlimm. Man muss es halt nur wissen, okay? Und dann noch eine Stufe auf... Ach ja, stimmt. Weil ich ja jetzt gerade Sachen herstelle. Machen wir das weg. Ah, das... Okay, er macht erstmal das Fleisch und danach macht er die Dinge. Alles gut. Geformtes Holz. Wie viele Sticks brauchen wir eigentlich? Wie viele kann ich herstellen? Machen wir mal so hier. So, dann haben wir schon mal ein paar Sticks. Ich lass mich hier gerade mal unterhalten. Und... Was brauchen wir denn noch? Neben... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020